hey leutchen und damit herzlich willkommen zurück mein name ist kochi und wir spielen mittelerde und zwar haben wir uns jetzt eine festung und ich weiß leider gerade nicht wie die heißt okay aber nichtsdestotrotz machen wir uns hin und ja kämpfen die uns haben zwar zwei hauptmänner nicht aber ich hatte überlegt noch zu holen doch nicht ja so sind gleich mal da unsere armee ist aufgerüstet wir haben eine angriffsstärke von wir können noch mal gucken für alle die die es interessiert dass ich das euch mal so sagen kann okay armee und armee ist halt so unsere armee ist bei 254 und deren angriffsstärke ist bei auch zurück ok los geht's viel spaß das auch noch mal gezeigt los geht's jetzt so Das war's für heute. Fried, hier bekommst du köstlichen Schmerz. Diese Festung ist ein Wunder der Baukunst, ein Symbol für Saurers Macht. Doch für dich und eine Armee der Verräter ist es nichts weiter als ein Friedhof. Wenn wir hier gewinnen, schneide ich dem Oberherrn die Zunge raus und koche sie. Nur noch eine Festung übrig, Jungs. Dann müssen wir uns anders amüsieren. Okay. Was sagt der? Los, geht. Oder macht sie fertig. Keine Macht den Feinden. Oh, gibt es einen Drachen? So. Kurz geschaut und kurz geguckt. Also springen wir runter zu Punkt A. Okay. Müssen wir uns noch kurz Lebensenergie heulen, deswegen nicht sterben. Ach Mensch, preis dich zu sagen, du schaffst das. Oh, der hat, oh, um Gottes Willen, Junge, ich hab dich gar nicht gesehen. Ich helfe dir ja, natürlich. Sorry. Äh, ja. Weiter zum nächsten Punkt. Auf freund und freund, wir werden, glaube ich, alle in die gleiche Richtung und ist uns egal. Wo kommen die auf einmal alle her? Ja. Wow. Boah, ich glaube, ich hätte anders drin laufen können, das würde ich viel besser gewinnen. Aber gut. Ich bin ja auch angekommen. Und los. Kommt, Jungs, wir müssen weiter. Läuft bis jetzt ganz gut. Oh, halt, da flog ich wieder einer. Können wir so nicht zurücklassen. Wo hänge ich jetzt wiederum? Ja, ich helfe dir doch. Einer. Ach, die haben also so, so wenig. Ich hätte auch überlegen können, hab überlegt, wenn ich da mich alle ein. Die ganzen Teilen hier, aber das ist alles mal 6, mal 7 und alles so. Boah. So lohnt sich gar nicht, Kind. Und zusammen. Und? Ich hab's verpasst. Schön. Ich spring mal kurz hier hoch. Und erledige mal die Bogen, schützendern die Nervengrad ein bisschen extrem. Oh, nein, ich hab's, mich zu bewegen. Halt, stopp, du. Du bist neue Mitarbeiter. Position von hier oben ist vielleicht nicht die schlechteste, deswegen. So. Okay, hier sind wir wieder. Unser. Dafür hab ich schon ein bisschen Angst, das war immer so ein bisschen wie gesagt, oh. Alter, das ist wieder an der Bluten. Helft mir natürlich wieder. Die haben mir ganz gut geholfen, deswegen lass die so nicht sterben. So, auf zum letzten Runde. Bin gespannt, wie's läuft. Yeah. Hier neben die Tür. Hallo, Freundchen. Ich bin's. Ein freundlicher Invasator. Genau. Nein. Nein. So, bin gespannt, wie ich mich anstellen werde. So, so in Unserzahl war das bis jetzt noch nicht so mein, muss ich selber. Ah, subi, das kommt schon mal nicht so, wie's mir gedacht war. Okay. Okay. Oh, Mann. So, 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 so. Ja, also, so, so. Do't, so, so. So, 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 so. So, 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 so. das ist natürlich ein bisschen zu wenig deswegen holen wir ein neuer immer noch nicht ja warte 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 wir haben noch einen ach wir können das feuer rennen sonst macht das uns nichts aus jetzt mal kurz hier weg rennen feuer heiß rennen alle durch hey was ist das für ein tier leute wie sollen wir es mit denen aufnehmen kommt jungs ich weiß gar nicht wer da mit uns kämpft ach ein paar orks niedlich da müssen wir den großen urlaub ein bisschen weg machen weil der ist echt nervig anstrengend die erne gehen eigentlich und sorry dass ich eingefroren habe müssen alle brauchen also der bogen ist echt eine super waffe die sehr gern nutzer werden hier schon das eine zugeschaut hat hat das bestimmt festgestellt immer noch nicht tot naja wackelt schon musst du bald mal sterben zu hype ich stopp 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 das ist nicht gut dass wir bleiben aber wir können es ganz gerne wieder ein bisschen richten oh er versucht es zu schnappen ist der olock noch da oh kaum gesagt da ist er schon das aufzurüsten war eine echt gute idee da kann man eben echt super schnell energie nach tanken ist zwar nicht so viel wenn man das alleine machen lass sie bitte ruhe und kämpft für uns es ist viel schöner auf unserer seite es ist nett und lieb und freundlich ist das ein neuer olock? oh der ist hässlich so jetzt müssen wir uns langsam um die großen kümmern so 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 äh ne bringt nicht viel ok wir sind jetzt ganz oh ist das ein neuer wo kommt die denn auf einmal her ach und wie da stelle ich mich ein bisschen bescheiden an oh mein goooot ich weiß dass der frostfest ist das war doch nicht der plan wieso macht er sich auch nicht mehr er ist so unfreundlich geht gar nicht wow hat er wieder volle energie hier das macht ja gar keiner da freue ich mich dass ich ihm ein bisschen was abgeknopft habe und was macht der oh das war gut oh das war gut warum kann ich ihn nicht angreifen das ist aber zum brechen stop 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 habe ich nichts leider nicht oh rennen 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 zum glück habe ich das in einem video gemacht ich glaube in zwei videos wäre ein bisschen knapp gewesen wenn ich jetzt noch mal irgendein krank einmelde oh ist wieder ein olog da nein nein ouch hm 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 kann das alles durchs feuer dass ihr schönen töter seid hm 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 Wenn die anderen nicht werden, wäre das alles supi einfach. Das müssen wir vielleicht noch mit neuen Taktik auffahren. Nein! Weil nein, das ist alles da, wo keiner steht und das bringt ja nichts, das ist ja total sinnvoll. Und sind frei. Komm zur Wahl! Hier habe ich, hier habe ich. Ah, fire! Los, schnell! Geil! Er hat nicht mehr allzu viel Lebensenergie. Ja, ich weiß es, abgekroschen und all. Aber es funktioniert! Oh, er hat sich angefasst. Okay, dann machen wir es doch mit der langweiligen alten Technik. Oh! 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 Herr Wبد! Oh! 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 Oh oh! Oh no! Wow! Oh! 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 wow einmal schön einmal schön das ist schön einmal freier ist tot wir haben es geschafft alle festungen genommen kraftechnik war naja dieser sieg ist und sich vor uns wir haben seine festungen zu unseren gemacht jetzt stehen wir vor einem scheidepunkt der geschichte nur noch eine eroberung verbleibt einwandfrei guckt mal wie schön blau das ist aber alles eingenommen und sogar stufe 35 erhalten stufe 2 24 8 kommen die riesen ja oder was du fehlender um ein kleiner 35, sehr, sehr schön. Wir haben eine neue Rüstung, 35, und die setze ich gleich mal an. Mal gucken, haben wir noch irgendwas? Nein. Was haben wir hier nochmal? Wir haben 13 Pfeiler und auch wenig Angriffsschaden, aber 13 Pfeiler. Das ist gut. Kann ich da was anderes machen? Nein. Okay, was haben wir denn noch so schönes? Mütze, haben wir eine neue Mütze. Ring, haben wir einen neuen, guten, besseren Ring. Nur die Standardedition. Okay. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt weitergeht. Ach, bist du in der Stufe 34? Ach. Ach. So. Okay, da ist Online-Erobung. Nein. Was ist hier? Ach. Da ist noch Dings und da ist noch das, aber da habe ich jetzt alles überhaupt keinen Bedarf. Ich scroll mal kurz raus und guck mal kurz, was es hier so gibt, wo es hier weitergeht. Ich habe keine Ahnung. Und? Ist hier unten noch eine Mission? Ah. Verteidigung. Was haben wir denn hier oben noch für eine? Ausgleiche? Nein. Okay, es geht aber weiter. Also wir haben noch ein bisschen was zu tun. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Okay. Und? Ja, aber keiner. Äh, ne, hier ist nix. Ja, auch nix. Bevor wir eigentlich hier weggehen, kann ich nochmal kurz gucken, ob wir hier das hier irgendwie noch verbessern können. Wäre ja ganz gut. Armee, Belagerung, dass wir mal hier ein bisschen was machen. Ah, für 3.000. Schön, dass ich vorher ein bisschen was gekauft habe. Oh mein Gott. Das ist aber echt alles sehr teuer. Ah, warum ich vorher die Kisten gekauft habe, ich weiß es nicht. Es war so bescheiden. Ja, einfach ein Feuer. Was haben wir hier? Ja, wir haben ein paar Wilde Gummeler. Was haben wir hier? Schildträger. Schildträger sind auch ganz gut. Schildträger. Weiß nicht, wann ich das hier mal kriegen kann. Mal schauen. Ah, warum ich das ganze Zeug ausgeben habe, ich weiß es nicht. Es ist sinnlos gewesen. Das nicht, da brauchen wir Stufe... Ah, Stufe 40. Das ist immer gut. Und hier, was haben wir hier? Giftiger. Ach so, feuriger. Gut. Ist schon mal ein bisschen ansehnlicher. Oh, jetzt müssen wir wieder Geld verdienen. Sonst läuft das hier nicht. Okay, aber hier haben wir schon mal ein bisschen was größer, besser gemacht. Ja, läuft. Gut. Ich würde meinen, sagen, wir können anders hinreisen. Oh, ich habe mich wieder verdrückt. Kennt ihr passiert mir öfters? Halt, nein, will ich natürlich nicht wiederholen. In der Rest ist sonst irgendwas. Deswegen lassen wir das mal weg. Und... Boah, jetzt haben wir eine stadtliche Festung gebaut. Und wir wählen da mal, weiß nicht, irgendeine Mission aus. Wo sind wir hier? Wo sind wir da? Ah, okay, da. Genau. Also. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Die nächsten Male. Ich werde da mal irgendwo hinreisen. Um... Irgend... Gab es auch noch? Nein. Ach da. Gut. Hier kam auch noch die Kaleprimbo-Mission. Und wir werden das nächste Mal... Ja, fangen diese an. Die beste Verteidigung. Und ja, kümmern wir uns um die Mission. Wir haben ein bisschen Geld. Können vielleicht noch ein bisschen die Festung ausbauen. Und ich könnte mich ärgern, dass ich was gekauft habe. Denn da hätte ich die Festung echt schick machen können. Aber gut. Sei es drum. Hintern her ist man immer schlau. Aber... Ich kann noch ein bisschen Waffen wegmachen. Und dadurch noch ein bisschen Geld generieren. Okay. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe das Ganze hat euch gefallen. Gerne kommentieren. Abonnieren. Und ganz viele Däumchen zu lassen. In diesem Sinne. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Krucci. Bye.